Er will einfach nicht mehr. Warum muss ich das halten, wie es scheint? Ist ja man scheint nicht mal gut genug. Das ist einfach so. Vielleicht muss ich kürzer treten. Ne, da geht es erst recht nicht. Dann machen wir es erstmal mit. Okay, es ist zu viel an Schwung. Es ist nur noch zu viel. Wäre es, wenn ich mich einfach da festhalten würde. Ich sterbe. Das hätte ich auch die ganze Zeit machen können. Mann. So. Äh. Okay, aber wie komme ich jetzt an das Ding da dran hier? Können wir uns vielleicht irgendwie kleiner machen oder so? Ach so, aha. Guck mal hier, jetzt können wir den da durchschieben. Was ist das jetzt, ne? Okay, fest dran. Ist nichts dran, okay. Okay. Das kam aber immer noch nicht da dran. Ne. Ich muss noch ein bisschen mehr Schwung machen. Hey. So. Ne. Hey. Ich verstehe das nicht so ganz. Wie soll das gehen? Ach, ach. Ich kann das Ding ja rausziehen. Nein. Ich steppe. So soll ich das können, oder? Nein. Was machst du da? So. Geh doch mal da hoch. Danke. Okay. Hey. Er will's nicht packen. Er will's einfach nicht packen, ne? Mir sollte das einfach so, ne? Kein Bock. Weil ich das jetzt rausgeschoben hab. Das reingeschoben hab wieder. So. So. Er ist mit voller Karacho. Bam. Das geht dann, ne? Das passiert einfach nicht mehr. Nur so. Er will's einfach nicht greifen. Nein. Dann mach ich eben den da weg. Das ist jetzt greifen. Er will's einfach nicht greifen. Hab ich das Geheimnis bekommen? Kann ich aber auch nirgends nachgucken, ne? Ich weiß nicht, ob ich das bekommen hab oder nicht. Warte, wir starten einfach mal jemand an der Stelle neu. Ich will das Ding jetzt haben. Sorry, Leute. So. So. Zack. Zack. Ich will das Ding. Also, bekommen wir das Ding auf jeden Fall nicht. Da steht schon mal fest. Hoppala. So, wir müssen uns erstmal jetzt hier festbinden. Um Schnur zu sparen. so und den hier so der kommt der geht instant da rein probieren wir den einfach mal da rein zu donnern so ich kann mir denn jetzt nein oh man oh man so was ist jetzt für das packen nein er wird es immer noch nicht packen es geht einfach nicht ich habe auch keine möglichkeit ich kann mich auch nicht ducken oder so greifen will er es nicht das gibt es doch nicht kann es vielleicht irgendwas noch damit zu tun dass ich das jetzt hier wenn ich mich so wieder schließe oder so dann bin ich ich hoffe schon gerade wie ich da hochkommen soll denn hier da kann ich klettern ne weiter geht es auch nicht mehr das ist nervig so komm ich jetzt können wir da hoch ok das ist da ganz oben hier frage ich mich wie nix achso brauche ich das um da hoch zu gott ich kann doch hier auch lang achso ok ich muss mich da festknoten um dann darüber zu schwingen ok das ergibt natürlich dann Sinn ein bisschen so ich habe mich ärgert dass wir jetzt das Ding nicht bekommen haben das wäre eigentlich ganz klasse dass wir das kriegen müssten wow so das habe ich gut gemacht so dann gehen wir halt weiter das ist jetzt doof aber gut ich hätte dann wahrscheinlich warten mal irgendwie oh obse la äh äh hier hoch was haben denn hier vier moah what the fuck Hilfe schnell hier oben hochklettern können sie jetzt hier hochkommen das ist ein bisschen doof das bringt auch nix da kann man sich nicht dran festhalten wenn das ist ein Garn müssen wir das irgendwie mit dem hier machen mit dem kommen wir auch nicht weiter vielleicht so ups äh so ne äh ja ich ertrinke oder nicht also da kriege ich auch nix so wir schwimmen uns hier weiter so ne ich muss wahrscheinlich das Moosting da drauf kriegen vermute ich mal äh apala aber ich weiß nicht wie ich das genau bewegen soll meines Erke trinkt mir eh geteigt oh ist das ein schwieriges Level nö ich kann nix mehr machen man das Level ärgert mich jetzt richtig Karts äh ja wir werden trinken wir werden trinken einfach weil ich da auch klettern will lol ok alles klar Spiel ach so hätten wir das machen müssen ist klar wir hätten einfach flink sein müssen nonstop durch ok what the Hilfe ups Allah hopp le hopp lo ok ok äh wo glättet ihr denn hoch was ist das hier mal noch ein Stein und alles ok hier muss ich auf jeden Fall nicht lang also muss das alles hier rüber womit ich mal eher da soll es mir erst bringen da da muss ich eher hin ich müsste eher hier hoch aber hier kann ich nicht durch äh 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 das tut er wieder ah ich wollte schon sagen kann er denn hier vielleicht ein bisschen rühren ne kann er das Polis mitbringen was ist denn das da na komm ah sieh mal eine an kommen wir jetzt da hoch oh das zieh ich zieh ich oh Junge 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 ne kommt immer ne Strand das ist so so es ist so kompliziert es ist so richtig ungewohnt kompliziert naja kommen wir nicht mehr rüber so mit dem Teil vielleicht muss man einen Stein da drauf tun ne so weit sollst du nicht runterrutschen na komm mach dich doch mal da dran jetzt krieg ich dich nicht mehr bewegt da jetzt so so passt da jetzt ungefähr ein Stein drauf Zirko ne äh aber wir komm wir über ja doch wir überleben es doch appala nein der Stein rollt wohl da zurück kriege ich da nicht da drauf dann stehe ich jetzt vielleicht auf den Stein drauf ne das klingt auch nix man das ist kompliziert irgendwie noch höher geht auch nicht oder ne den drück kriege ich den nicht oder so ah es geht doch man kommt doch dran für ne kurze Sekunde ah jetzt boah wie krass wie krass umständlich boah es ist ja echt wie Uri wunderschön und what the fuck ok soll das so sein ich weiß nicht wir gehen mal hier weiter ich gebe mir alles kaputt loll ok haben wir das jetzt der Schickpoint ein bisschen kurz ich weiß nicht was das jetzt so bedeuten hat kann ich mir das kaputt machen vielleicht nein dann schon nicht ok hier kommen wir auch ein schlank was soll ich jetzt machen war noch nix kaputt oder so damit kann ich auch nicht hä so ach so ach so ohje können wir eine Brücke bauen ein alter Traktor Trecker hier auch gut wir wollen da durch ach ich kann doch da hoch mach ich mal hier einen Knoten rein geh ich hier hin hallo ich würde gerne der Zünder aufkriegen hier geht anscheinend nicht ok und den hier also jetzt kommen wir hier unten lang wow wow äh schnell ja so das ist vielleicht ein bisschen Geschicklichkeit ja warte komm 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 du lebst noch du lebst noch du kleines Ding komm aber sofort instant da ran komm 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 na wir schaffen es nicht oh man das war so knapp ok ok hm also wir müssen das ganze jetzt nochmal machen ok äh das macht die Steuern fest so zack ok äh lol hallo nicht ertrinken nicht ertrinken ok das werde ich jetzt wieder hier zu machen kann ich nichts machen so wenn ich jetzt hier lang jumpe ich will aber da drüber noch na los komm schon komm schon du schaffst das nicht schade schon wieder was was wir nicht hinkriegen ich weiß nicht warum so jetzt macht die noch das fest so komm komm wir da hin ok können wir nicht schwingen wenn wir ein Stück runter gehen und schwingen geht das auch nicht hier kommen wir schon dran aber jetzt jetzt komm 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 jawoll geschafft oh nice jetzt ertrinken wir wahrscheinlich ja wir ertrinken weil wir einfach hä zettel ah hier holt es ja nicht ein nice so gut jetzt können wir hier lang aber was bringt uns das hier lang zu können ha wir können hier genau was machen wir jetzt vielleicht kaputt oder so nee und jemand ein Schläufchen dran und dann ein Schläufchen dran das bringt aber nichts nee ok ah jetzt können wir wahrscheinlich so 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 jetzt haben wir wahrscheinlich so wenig Schnur oder nee passt noch nice und weiter geht's woher sollen wir jetzt hin einfach mal den ui das war ganz schön knapp aber haben wir es geschafft haben wir es vielleicht endlich geschafft was ein Elch wird ein Elch uns frechen fressen nee ok wir fahren es aber von den Viechern nice oh was für ein Elibnis so schnell hier weiter jetzt wird es auch noch nebelig uiuiui jetzt wird es creepy oder was so äh haben wir noch eine Erinnerung gut so weiter geht's das haben wir hier ein alter Kasten vielleicht müssen wir den mitnehmen ich zähle ihn jetzt einfach mal mit so so hier komm ok ist jetzt irgendwie im Punkt das hier nicht so viel habe ich das Gefühl so hier kommen wir dann zu ran so kann man da vielleicht ah hier können wir ran können wir da hoch können da hoch ah sieh mal ein an können wir hier lang so ähm wir binden uns hier los wir binden uns hier los sonst haben wir nämlich wieder das Problem dass wir zu viel Wolle verbrauchen zack so oh shit das Wolle machen wir schon so jetzt nice äh Frage ist warum wenn wir hier nicht allzu viel ach so wahrscheinlich müssen wir zu viel lang schwingen alles klar ha hat geklappt nice ich sage machen wir uns erstmal da oben fest so jump machen wir uns hier fest und oh je je ganz schön knappes Ding hier aber was hat uns das jetzt gebracht ist jetzt die Frage was haben wir hier da oben müssen wahrscheinlich Spalte okay ach so müssen wir wahrscheinlich einfach nur damit wir das keine Stück da schaffen haben wir das jetzt alles gemacht gut wir uns hier mal fest. So. Ah, komm mal hier. Noch eins gefunden. Nice. Oh, da oben können wir dann hoch springen. Erstmal gucken, was ist hier unten. Das haben wir auch nicht vergessen. Hier unten war ja auch noch was. Ah, hier ist noch ein bisschen Garn, da kommen wir nicht dran. Wahrscheinlich das Garn von da oben, um da unten ranzukommen und mit dem Garn können wir dann da weiter. Alles klar. Zack. Eieiei, wie knifflig, ey. So, dann müssen wir jetzt hier runter. So, dann können wir jetzt hier unten hin. Aber wirklich auch so gerade eben. So, weiter geht's. Mann, 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 Mann. Und hier ist es schön. Schauen wir mal, was hier oben ist. Oh. Okay, das haben wir bekommen. Äh. Was hat das jetzt gebracht, genau? Okay, jetzt kommen wir da hoch. Oh. Wir haben den Baum kaputt gemacht. Hups. Ist natürlich jetzt doof. Okay, sind wir jetzt am Ziel angekommen? Ja, da liegt der Sticken. Sieht aus wie eine Libelle. Nehmen wir die nochmal bitte auf. Und neue Erinnerungen, die schauen wir uns natürlich auch direkt an. So, dann schauen wir nochmal hier rein. Bärenmoor. Kann man wirklich wertschätzen, wie besonders oder schön etwas ist, wenn man nur nicht weiß, was es gekostet hat, es zu bekommen, wenn man nie dafür arbeiten musste? Das ist eine berechtigte Frage. Oh, dann haben wir das Boot nochmal. Äh, so. Und da gehen sie in den Wald vom Auto aus. Der Tau. Hier die Menge Insekten. Oh, ja. Warte. Guck mal, das ist der Sticker. Das wir gesammelt haben, ja. Dann haben wir den Wald mit Nebel. Oh, ganz viel Nebel. Und, guck mal, sie haben sogar eine Schnur, damit sie sich nicht verlaufen. Nice. Matschig natürlich. Da haben wir den Bärenmoor. Und ja, das nächste Kapitel werden wir dann sehen, wie die Geschichte weitergeht. Ich würde sagen, bis dahin sehen wir uns dann wieder. Harte rein. Ciao, ciao. Ciao.